Ach ne. Du bist großartig im Checkpoint, dass du wiederkommst! Äh, links. Wo du nicht hochkannst. Ich ja! Wow! Ach du Heilige! Ja, Mann! Zeig sie ihm! Jaaa! You did it again. Äh, did it. Da ist ein Hebel. Das ist ein Hebel. Das ist ein Hebel. Nee, ich komm... Obwohl, ich kann irgendwie einen Weg bauen oder so. Ja, genau. Und dann machst du da zu und dann... Scheiss! Nein! Warte doch! Jaaa! Jaaa! Oh, nicht... Du Freak, du! Kann man die Keule nehmen? Nein. Schade. Egal, gell? Ah, okay. Gibt's da doch so einen Gang vielleicht oder so? Neee. Okay. Ah, hm. Brauch mal Jump and Run Skills. Aua, fuck. Hm, okay, lass mich mal versuchen. Wow. Okay. Äh, komm du mal hoch irgendwie? Wie? Hier... Vielleicht... Nee, Alter. Viel zu weit unten. Ach, da bist du. Ja. Ich hab's auch gepackt. Aho! Aho! Kann doch natürlich unten links zum Checkpoint gehen. Stimmt. Die gibt's ja auch noch. Sogar mit den Kisten. Alte Tau's. Will das Ding mich verarschen? Hahaha! Die Stacheln tun irgendwie gar nicht. Hab mir grad synchron... ...rechts links und so... ...gegangen. Ja, manchmal kriegst du einfach so einen Schaden davon. Oh, mein Fremd. Oh, ja! So. So, du bist drüben. Ich bin schon wieder fast tot. Versuche ich's ich jetzt. Ha! Ha! Schei... Schei... So. So, ich hab's geschafft zum anderen Checkpoint. So, ich hab's geschafft zum anderen Checkpoint. Wenn ich's am Checkpoint, dann kann ich auch beruhiglich sterben, wenn ich eigentlich will. Pfff. Pfff. Aaaaah! So. Okay, ich bin auch da. Aaaaau! Weiß was? Das ist mir eindeutig sicher. Da gibt's aber noch mehr. Ja, ich weiß. Deshalb musst du mich jetzt nach oben tragen. Warte mal. So. Warte mal. Warte, warte. Nein, warte, warte, warte. Nein. Oh, scheißidee, scheißidee. Ha! Ich glaub ich dir jetzt schein, weil du gesprungen bist. Ah, egal. Ah, nee, stimmt. Ich muss ja selbst dahin. Ich wollte grad die Kiste dahin machen. So. Lass mich einfach rauf. Hier bleibt einfach... Nein. Nach oben. Zieh mich einfach nach... Ja, oder so. Und hier gibt es noch einen Punkt. Hast du mich mal... Was, was? Da ist doch... Doch. Hier, du nimmst sie jetzt. Ja, hab ich. Okay. Oh, ja geil. Guck mal, wie klug wir sind. Irgendwie haben wir wieder unser Vorteil aus dem Zufall gebracht. Das ist unglaublich. Wir sind zu klug, das gibt's ja nicht. Das war alle Satz nicht, ey. Aua. Was? Ist das nicht etwas bescheuert, hier nen Kampf anzufangen, wo wir immer unsere Leben kriegen? Ich hab mich jetzt angreifen lassen. Ah, da gibt's was. Hier liegt schon ein Toter irgendwie. Ach du! Oh, hier sind Sägen, hier sollte man nicht hinspringen, glaub ich. Ja, glaub ich auch. Boah, der ist jetzt ein Kandidat. Viel Spaß unten bei unseren Kreissäge. Nächste bitte. Dankeschön. Lass mich mal wieder meine Gesundheit auffüllen hier, ey. Wie hab ich das denn geschafft? Weiter. Die Aua? Aua? Achso, du Aua. Aiaio. Verdammt. Warum kann ich nicht? Oh. Nee, hä? Was ist? Kommt man denn da rein? Ich glaub von unten oder so. Hm? Yeah. So, jetzt aber. Oh, oh. Juhu, heiß. Ah, mein Gesicht, alter, guck dir's an. Au, au. Ich lieg da so mit nem Gesicht in der Säge. Ja. Au, dein Gesicht wird langgezogen. Ho, ho. Hi, hi, hi. So. Juhu. Juhu. Wie kommt man leise? So, obwohl da ne Säge ist. Ah, da. Ha. Äh, ist gefährlich hier mit, äh, Kreissägen, du. Haha, au. Au. Mit Kreissägen spielt man nicht. Au. Stimmt, mit Kreissägen sollte man auch nicht spielen. Na ja. Tja. Wow. Boah, ich glaub's nicht, ey. Was für fiese Fallen. Irgendwas mit Wasser. Fieses Wasser. Und das geht jetzt da rein, irgendwie. Oder auch nicht. Hä? Physik, Physikfehler. Das Ding. Oh doch, das Wasser bewegt sich. Ich glaub, wachs in eine Kreissäge rein. Das Wasser bewegt sich. Wie krass. Hä? Äh? Wie kommen wir denn da rein, willst du? Ist hier oben was? Warum komm ich nicht? Hm. Aber, auf der anderen Seite kriegst du das auch nicht hin. Ja, leg die mal da drauf, ja, und dann, dann werden die so zu uns, sozusagen, äh, transportiert. Das Problem ist, eine Kiste ist schon kaputt. Ist auch scheißegal, dann leg, kannst du dir das einfach da runter lassen, danke. Verstehe. Ja und? Die andere lass ich, jawoll, habse. Ey. So, dankeschön. Und weiter gehts. Woters brauchen wir das Wasser jetzt? Da ist ja was. Ist noch ne. Ah, dazu brauchen wir das Wasser. Wir, wir brauchen erstmal nen Baumstamm. Fleisch, wir sind schon gefahren. Yes. Ah. Ah. Awesome. Das war awesome. Da ist mir Fleisch und Pflanze. Ah, ja. Ach, kommst du uns gerollt sofort, sehr schön. Aber was sollen wir damit anfangen? Ja. Geronimo. Was ist hier los? Au. Hey, ich bring mal kurz. Was? Was? Achtung, das muss weh tun. Ich weiß es, glaube ich. Ach so, ich hab den falschen Charakter. Ah ja, stimmt, man kann den so rein sägen dann, ne? So. Geh. Jetzt sammelt sich das Wasser dort. Und jetzt fließt das hier irgendwie hinab. Ich hab kurz gedacht, man muss irgendwie zersägen lassen oder so. Das sind so ne Hälfte oder so. Das war doch gar keinen Sinn. Warum ändern wir dadurch die Richtung des Laufbahns sozusagen? Das macht dir überhaupt keinen Sinn. Ich weiß, ich wollte es einfach mal so behaupten. Vielleicht ja doch. Ja, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht ist die Physik ja doch nicht so toll. Aber ich hab mich gewinnt. Gehiert. Na du, Pflanze. Willst du Stress? Komm noch. Komm noch. Traust dich. Traust dich. Komm noch. Oha. Weißt du was? Ne. Komm mal hier auf die Kiste. Ja. Ist da was? Ja. So dann mach mal hier zurück. Geht schlecht. Wo bin ich? Egal, du kommst gleich zu mir. Denk ich mal. Ja. Ist dann Check. Was ist denn da? Wo? Hä? Siehst du? Sag ich ja. Wow, sieht das geil aus. Also gab's hier noch was? Nö. Einfach so ein langer Gang. Okay. Gut, dass man da hin gepostet wird. Das ist ja noch, das ist ja noch mehr Cheaken als wir da hin tun. Ähm. Wow. Das muss die Höhle sein, die Rosabelle erwähnt hat. Sie sollte uns zum Schloss führen. Pletsch, 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 pletsch. Pletsch, 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 pletsch. Okay, also dann zuerst die Höhle und dann das Schloss. Was? Ach so. Ist grad gar nicht zugehört. Er hat sich vom Wasser ablenken lassen. Ja. Oh, ein neues Kapitel. Als die Helden den dunklen Wald verließen, war ihnen leichter ums Herz. Rosabelle zufolge führte der schnellste Weg zum Schloss durch die höhlenartigen Tunnel. Der Weg führte nach unten, unter den Wald. Alles klar. Die Pilzhöhlen. Also sie waren froh, als sie den Wald hinter sich hatten, aber... Naja. Okay, doch. Sieht süß aus. Mir begegnet. Die Schätze, wir sollten Rosabelle finden. Ohoho. Okay. Also würde ich sagen, mal wieder ein neues Kapitel. Richtig. Und damit bist du auch in der nächsten Folge. Guck mal, hier kann man was anzünden. Alles klar. Wow. Aber das ist alles erst im nächsten Part. Peng. Also, bis dann. Ja. Tüssen. Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play 2. Wir sind hier in einer sehr bunten Höhle, die immer noch mit dabei ist. Mit Niko dem LP, mit Schokolade im Mund. Hier ist überall Fässer, die man explodieren lassen kann. Sind die lieber nicht an. Vielleicht... Wow. Der Verlangen ist aber relativ hoch. Aber... Wir brauchen die vielleicht noch. Okay. Wow. Alter. Ah, da ist was. Okay. Mhm. Fließt es automatisch hier runter so, oder? Ja. Okay, bis hier hin und nicht weiter, oder? Doch. Doch. Ja, okay. Doch. Sehr schöne Wasserphysik. Würde dieses lila Gift nicht da unten sein, wäre es sehr schön. Rübelig. Auch. Okay, die knacken aber nicht ein, oder? Auch wenn wir beide drauf sind. Nicht. Warte. Okay. Okay. Schatzruhe. Mhm. Und ne Spinne. Mhm. Was machst du grad? Isst du grad gerade? Mhm. Alter. Ich bleck doch. Sammlergedicht. Den Weg gefunden haben, Rosie und ich. Geht vorsichtig weiter und fallet mir nicht. Es hat angeblich diese Isabelle, oder anscheinend diese Isabelle geschrieben. Du hast die echt nie Namen gemerkt? Ja. Respekt. Also sie wurden oft genug genannt, das finde ich jetzt. Boah! Was gibt's hier so? Ich bin auf der Pflanze gelandet. Genau. Die knacken ein. Und da oben ist so'n Spasten-Kobold. Was? Ey, du... Das war halt der epischste Moment, den ich je in meinem Leben erlebt hab. Was war das denn jetzt? Guck mal, du stehst da so, schießt so den Pfeil so, bam, auf die andere Seite, trifft den Kobold nicht. Der Kobold, den ich dann schon getroffen hab, hat noch seinen letzten Pfeil, der trifft dich dann, ey. Ja, super. Du stirbst einfach und ich bin auch gleich tot. Wenn ich jetzt nicht irgendwie so'n Checkpoint bekomm. Okay, ich versuch's mal. Wenn nicht, dann ist's auch scheißegal. Ja, okay. Oh man. Gibt's da oben noch was? Egal. Oh, ist das hier Teer oder wie nennt man das nochmal? Schwefelpech? Ich hab keine Ahnung. Nee, Pech ist nicht. Schwefelpech, das ist gelb. Ja, ich weiß. Pech ist schwarz. Hä? Hä? Oh, cool. Nein! Und du schaffst das nicht. Fuck. Äh. Irgendwie ist das mega klein, das ist voll schwer. Mhm. Haha. Oh. Aber guck mal, Alter, der Hintergrund ist hoch. Da geht's auch noch weiter, glaub ich. Ist schon wieder ein Kobold, ey, man. Geh mal weg, ey. Geh mal weg, ihr. I sinne. Ach, da hast du dich festgehalten. Ja. Warte mal, ja, geht mal nach rechts. Nein, nein. Falsche Richtung, scheiß. Wohin? Wohin? Hier geht's auch lang. Warte mal. Kann ich mal kurz hier versuchen, hier hinzukommen? Hm? Ich seh nur Erdbeben. Okay, ja. Ja. Richtig. Äh. Hm. Au. Ah. Warte mal, ich hab's gleich. Warte mal, ich hab's gleich. Oh. Oh. So, warte mal, lass mich mal. Okay. Ah, fast geschafft. Wir wollen müssen gern haben. Oder so. Das steckt. Ich glaubst du dir immer was Neues rein, oder was? Hm? So, ja, lass das, machen wir noch ein bisschen höher, steiler, halt. 넣고 m Schneider an. сразу mal, steiger. fuck did, versell99. genau diterien. Keine, Martina. Mann, 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 Mann. territory auf ihrem allesừa namens und erinnern. Dich,ですね, eben nicht mehr zurück und dann oval. Immer wieder Blind der Antwort. Vielen Dank.